Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Geben wir zum ersten Thema über. An der Google I.O. gab es gestern die Eröffnungs-Keynote und da gab es einiges zu sehen. Schrägstrich nicht allzu viel zu sehen, aber doch sehr Eindrückliches zu sehen. Zum einen hat Google gezeigt, wie in Zukunft Google Fotos daherkommt. Das wird deutlich überarbeitet. Und wer schon mal ein Huawei P20 zum Beispiel in den Fingern hat, der kennt das schon ein bisschen. Wo im Bereich Fotos die künstliche Intelligenz mit reinspielt. Bei Huawei ist es AI, bei Google ist es KI, die damit eingreift. Heisst, durch die Bildbearbeitung könnt ihr eure Bilder optimieren. Schatten werden rausgenommen, Farben besser dargestellt etc. Aus Schwarz-Weiss-Bildern werden farbige Bilder gemacht. Dokumente werden digitalisiert und OCR gescannt und so weiter und so fort. Darauf dürfen sich alle diejenigen freuen, die auf Google Fotos setzen. Eine bisschen gruselige Demonstration hat Google auch gezeigt. Oder eben nicht nur gruselig, sondern eine sehr eindrückliche Demonstration hat Google gezeigt. Wie der Google Assistant in Zukunft für uns Termine vereinbaren wird. Es wird so sein, dass man eigentlich dem Assistenten nur noch sagt, dass man wann und wo einen Termin haben möchte. Und dann ruft der Assistent von alleine da an und fragt nach einem freien Tisch, Restaurant, nach einem Haarschnitt etc. Das Video von der Google I.O. solltet ihr euch unbedingt anschauen. Denn es gab da zwei, glaube ich, waren das Beispiel Telefonate. Und diejenigen Mitarbeiter, die da am Ende vom Apparat waren, die haben das nicht mitbekommen, dass da ein Assistent von Google, der digital Assistent dahinter ist. Der hat sogar Amps in den Sätzen gehabt und hat geatmet. Also es klang ziemlich, ziemlich echt. Schon eben zum einen gruselig, aber zum anderen sehr, sehr geil, was da halt eben schon möglich ist. Und vor allem, was da in Zukunft noch kommen wird. Google möchte aber auch dem digitalen Wohlbefinden ein bisschen gegenwerken. Denn jede Webseite mittlerweile und jede App will euch irgendwas pushen. Neuigkeiten, Unsinniges, News-Plattformen, die jeder kennt, die berichten über jeden Furz und zackt in eurem Umfeld. Und somit, ja, wird es ziemlich unschön. Und da möchte eben Google selber ein bisschen entgegenwirken und steuert das Ganze im Bereich, wir haben das genannt, YOMO, Joy of Missing Out. Also eben, um das digitale Wohlbefinden zu steuern, kann man, indem man zum Beispiel das Smartphone aufs Display direkt legt, sich ein bisschen Ruhe gönnen von all dem, was draußen so abgeht. Ich kenne das auf meinem iPhone, der, ähm, wie heisst das, Modus, jetzt muss ich nachschauen, nicht Stören-Modus zum Beispiel, solche Dinge, aber eben in Intelligent und automatisiert und auf dich angepasst. Da bin ich echt gespannt, was da Google bringen wird, ohne dass ich das aktiv aktivieren muss. Und was auch gezeigt wurde, ist unter anderem, das sind ja nur ein paar Einschnitte, Android P, Android P, das neue Betriebssystem, was in den nächsten Monaten, Schrägstrich Jahren, noch niemand bekommen wird. Aktuell ist noch in der Beta, sogar eine offene Beta. Also hier kann ein jeder, der möchte sich daran partizipieren und das Ganze mal installieren und testen und so weiter. Das kommende Android P, das kann unter anderem neue Wischgesen, neue Navigationsmöglichkeiten. Google reagiert da natürlich darauf, dass die Displays grösser geworden sind, dass Homebuttons fehlen, etc. Das war dringend nötig, denn es gab da so einen schönen Beitrag auf dem Tagi.ch, also dem Tagesanzeiger vom Raphael Zeyer, der eben gezeigt hat, was der große Vorteil von einem iPhone X ist, mit eben den ganzen Wischgesten. Und da dürfen wir gespannt sein. Unter anderem wird da auch Machine Learning Geschichten drin sein, zum Beispiel eben was Batterie anbelangt, Helligkeiten, App Actions, etc. Da dürfen wir auch ganz gespannt sein, was da dann rankommt und vor allem, wer das Update schlussendlich dann auch bekommen wird. Wir wechseln jetzt noch kurz in eine andere Ecke, zum einen in Richtung Apple. Da gibt es in der 11.4 iOS Beta einen Modus drin, der sehr interessant ist, vor allem in Bezug auf dieses Grey Key und ähnliche Möglichkeiten, also die FBI und andere lustige Organisationen haben, um euer iPhone den Code auszulesen und das Smartphone zu knacken. Denn wenn man innerhalb der letzten sieben Tage nicht mehr das iPhone per Touch-ID, Face-ID oder Code entsperrt hat, gibt es keine Möglichkeiten mehr, über USB-Daten auszulesen. Und wenn man einigermaßen ein schlaues Passwort hinterlegt, nicht nur vier Zeichen in Zahlen oder sechs, sondern vielleicht eben auch noch ein paar Buchstaben rein und so weiter macht, dann hat man eine gute Chance, dass es eben über diese sieben Tage rausgeht und dass die dann einfach nicht mehr darauf zugreifen können. Toll, Apple. Natürlich Katz und Maus, aber ein schöner Zug, den sie da in die Richtung tun. Auch hat Apple bekannt gegeben, und das wird alle iPhone X-Besitzer freuen, ab dem Juli diesen Jahres müssen alle Apps, die im Store sind, eine iPhone X-Unterstützung haben, sprich eben das höhere und längere Display bieten. Ich selber habe ja kein iPhone X, das 8 Plus noch. Das stört mich in dem Sinn noch nicht groß, aber ich kenne es von meinem Huawei P20. Das ist ja auch länglicher und da gibt es auch diverse Apps, die eben dann nicht mehr ganz so passen. Auch wenn man da die Notch quasi ausblenden kann, das ist ein bisschen besser oder schöner gelöst, finde ich. Aber eben, bei Apple wird es halt konsequent umgegriffen und was wird wahrscheinlich das aus für die Google Inbox-App sein? Lieben Gruß an der Stelle an die lieben Nutzer da, Mike und Co. Dann zu guter Letzt noch die Philips Hue App. Die wurde ja, wie wir auch schon Anfang Jahr angekündigt haben, zum Beispiel auf dem lebessmart.ch-blog, aber auch hier in der Daily, total überarbeitet. Es gibt eine große neue App, die nicht nur optisch neu wird, sondern auch Shortcuts etc. mit drin haben wird. Wir dürfen gespannt sein. Es wird nicht die zweite Hälfte des Jahres, sondern es wird noch im Mai diesen Jahres soweit sein, dass ihr die neue App bekommen könnt. In diesem Sinne, bald schon mehr Licht oder mehr Möglichkeiten für Licht für euch hier unterwegs. Da bin ich natürlich schon sehr gespannt. Das waren die News, die ich heute für euch bereit habe. Ich hoffe, ihr hört morgen am Donnerstag wieder rein und ich wünsche euch einen erfolgreichen und schönen Tag. Und wenn es um die Google I.O. geht, geht doch mal beim Ad Swisky. Letzte Woche habe ich ja schon für die Facebook-Guy F8 ihn empfohlen. Auf Twitter und verfolgt ihn mal. Er ist da live vor Ort und da könnt ihr das eine oder andere sicherlich abgreifen, was er an News raushaut. In diesem Sinne, euer Pogipsi. Bis bald. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.